Frohe Weihnachten, würde ich mal sagen. Ja, ich hab's ja anscheinend ganz gut getimt bekommen mit der Weihnachtsepisode. Und zwar gehen wir jetzt nicht dahin, wo uns dieses... Ja, ich hab's kapiert, wo uns dieses Symbol hinzeigt. Weil... Wir gehen ins Solomon Wayne Courthouse, was direkt um die Ecke war. Und ich hab Assassin's Creed gekauft die Woche und gerade so ein bisschen gekackt. Ja. Also ich hab gerade rechte Maustaste gedrückt und gemerkt, hm, der rennt ja gar nicht. Ich hab mir nämlich Revelations gekauft. Bei Amazon für 27 Euro. Und für den Preis war's eigentlich ganz okay. Also, es macht schon Spaß. Es hat halt so ein paar... Nein, ach... Issues, ne? Also so ein paar Sachen, die mir nicht ganz so gefallen. Aber... Man kann ja nicht alles immer haben, ne? Ist auf jeden Fall spaßig. Und knack! Und zwar gibt's in dem Solomon Wayne Courthouse, nämlich zu Weihnachten vom Kalenderman... Eine... Story. Was das genau ist, hab ich echt... Keine Ahnung. Ich hab auch die... Letzte nicht wirklich mitgekriegt, das war zu Halloween. Weil das Spiel da für den PC ja noch gar nicht drauf war. Aber naja. Sag mir alles über den Riddler. Ich mach nur was er sagt! Ich erzähle dir alles! Danke. Danke schön. Ja! Ich hab mein Handy auch wieder. Und wie ihr seht, ich versuche, alles mit Rechtsklick zu rennen. Penguins-Jammers stoppen meine Progresse. Ich muss sie erst rausnehmen. Fast, Mann! Wir wissen nicht, wie viele mehr von ihnen es gibt! Ich will nicht, ich bin kein Chicken oder du! Cool! Okay, das war jetzt nicht geplant. Aber naja. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den letzten Jammer knüppeln, damit ich in das Solomon Wayne Courthouse reinkomme. Ach, ich versuche, alles mit Rechtsklick und Leertaste zu rennen. Geht weg, Herr Freese! Wo ist er? Wir wollen Freese! Ich versuche ihn! Ich versuche es! So, da vorne müssen wir auch schon hin. Ups. Wieder mal nicht geplant. Aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man vorher Assassin's Creed gespielt hat. Da funktioniert es ja alles ein bisschen anders. Gott, bitte! Someone help me! Nein! Ja, ja, schrei ruhig. Na komm. Was? X? X war's. Was? Geht doch. Batman hat mit seinen Planen geschehen. Haben diese Sachen sogar unter dem Boden gearbeitet? Ich habe sie schon gelesen. TAK! Bluh-luh-luh-luh! Wohoooo! SLEIGHT! Vielleicht solltest du langsam mal ein Treiber-Update machen, vielleicht hilft das was. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. 22, Hostile! Bleib ruhig! Wir müssen sie zusammenhalten und finden ihn! Wir müssen sie verlieren! Da vorne hat wohl wieder jemand einen Gemma oder so. Ja, auch Altair springt dann einfach hoch. Beziehungsweise Ezio, aber... ja... Batzen muss ja nicht alles können. Ich sage dir, das ist er. Es kann nicht sein. Es ist. Schau mal wieder. Er sieht großartig, nicht wahr? Er ist grün. Diese Poster muss über 100 Jahre alt sein sein. Wie kann er das gleiche sein? Und sogar wenn es so war, wie hat Penguin ihn ihn bekommen? Ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass es ist. Es hat sogar einen Namen. Sol-o-mon... Grundy? Ah, das stupides Name, den ich noch gehört habe. Das ist die Sache, die man im Museum hören kann. Du weißt, Solomon Grundy, geboren auf einem Montag. Du kannst richtig sein. Ja, das wollte ich nur noch kurz. Der verdammte Mann! Ich wollte nur noch kurz hier den Typen mal ermöglichen, ihr kleines Gedicht, whatever, aufzusagen, bevor ich sie verprüge. Man hat ja auch so als Superheld so um seine Höflichkeit. Solomon Grundy, born on the money. Ich glaube, der ist auch irgendwann beerdigt worden und irgendwann ist er auch mal wieder aufgestanden. Und das soll's, ist Jesus hier auch. Passend zu Weihnachten. Du hast es gehört, wenn der Batman auf dem Weg ist. Gut. Ich wollte immer eine Chance, gegen diesen Freak zu gehen. Du bist selbst ein Freak. Deine Mutter ist ein Freak. Du bist selbst ein Freak. Du bist selbst ein Freak. Du bist selbst ein Freak. Ich glaube, Batman hat ihm seine Pläne verändern. Wer weiß. Böge den Batman. Böge das Ding in den Joker. Böge ihn auf und geh zurück in den Cobblepot, als du willst. Was? Böge das so? Böge den Böge? Böge den Böge? Ja. Ich bin nicht Angst. Er ist nichts. Er ist nur ein Idiot mit dem Kostüm. Er ist nichts. So, wer hat denn, der hat denn den Jammer? Der Distrupter stopt workin. Batman will be free to stroll, rein into my lovely Museum. Und if you let it happen, I'll make sure you all get to see, what I'll keep an under the iceberg lounge in Arkham City. Anyone else who wants a piece, come and see me. und nummer uno weg er hat den 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 dingsbums zack komm 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 wow das war gerade extrem scheiße von mir ich hätte da glaube ich eine smoke pellet werfen sollen ja ja ich hätte eine smoke pellet werfen sollen dumm dumm zonk ja passiert gut ich wollte immer eine Chance gegen den aber ich dachte er wollte uns das Ding nach dem joker ja, ich glaube Batman hat ihm seine Pläne geändert wer weiß kill Batman, drag das Ding nach dem joker turn it on, and go back to ja manche von denen sind wohl echt dumm ich bin kein Angst er ist nichts nur ein Idiot in einem Kostum er ist nichts ja komm mein Freund und und zack wow ich habe ihn verloren ich habe ihn verloren find ihn jetzt ich weiß was du machst und es funktioniert nicht gut aber es funktioniert nicht gut es funktioniert nicht gut und es funktioniert nicht gut jetzt Ich muss eigentlich mal den Typen hier ausschalten. Den da. Wow. Alter, ich habe die Erweiterung, dass sie mich nicht sehen können, wenn ich mich nicht bewege. Ich sehe, was du machst. Wie kannst du diese Dinge benutzen, wenn sie nicht hier sind? Huh? Ich komme von hier. Ich bin sicher. Ich komme von hier. Ich bin sicher. Komm, komm. Ich weiß, was du machst. Und es wird nicht funktionieren. Was? Ich bin sicher, dass es von dort kommt. Wer ist schreien? Oh Gott. Everyone, holt eure Ähnsen hier, jetzt! Ha. Es hat gereicht, um ihn auszuschalten. Hör mich? Wach auf! Wer in der Hölle bist du? Was ist falsch? Du bist zu Angst, dass du dir selbst zeigen kannst. Ich komme von hier. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Hahaha Riddler, sprich! Oh, verdammt! Okay, okay, ich helfe ihm einfach! Danke für deine Hilfe! Das war der letzte Jammer. Ich sollte jetzt ins Museum kommen. Und das finde ich halt ein bisschen blöd. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist blöd, Leute. Was in der Hölle ist passiert da unten? Hallo! Hat jemand mir zu antworten? Ich gebe dir eine einfache Aufgabe. Du steckst ein paar Freak-Maschinen und was? Du könntest das nicht richtig bekommen! Oh, ich muss den Rest der Titan-Kontainer finden. Ich hoffe, ihr lacht hier. Desperrt versuchen, zu spüren, durch Fractured-Ribs und Pumptured-Lungen. Und wenn ihr nicht... Oh, ihr hättest es besser, welche Kraft du hast, und renn. Denn nachher bin ich mit dem Blatt fertig. Ihr seid alle gleich!